Marie Reim möchte in diesem Jahr Deutschland beim Eurovision Song Contest vertreten. Papa Matthias Reim ist dabei ihr größter Unterstützer. Matthias Reim. Diesen Rat gab er Tochter Marie Reim für den ESC. Die Fans des Eurovision Song Contest scharen schon mit Füßen, denn am 11. Mai 2024 wird endlich der Eurovision Song Contest in eine neue Runde gehen. Zahlreiche Länder schicken Künstlerinnen und Künstler nach Malmö, damit jene den Sieg für ihr Land holen. Wer für Deutschland antreten wird, ist noch nicht entschieden. Am 16. Februar findet nämlich erst einmal der Vorentscheid statt. Mit dabei sind Galant, Isaac, Leona, Bodine Monet, Max Mutzke, 99, RYK und Marie Reim, 23. Die Schlager Newcomer. Er will in die Fußstapfen ihrer Mutter Michelle, 51, treten, die 2001 Deutschland beim ESC vertrat. Doch nicht nur mütterlicherseits hat Marie das musikalische Talent geerbt. Sondern auch Papa Matthias Reim, 65, ist seit Jahrzehnten erfolgreich im Musikgeschäft tätig. Er drückt seiner Tochter natürlich fest die Daumen und gab ihr auf dem Weg noch einen guten Rat mit, wie Marie in der MDR-Sendung Schlager des Monats verriet. Marie, glaub an dich, sei dir selber treu, genieß es und strahle. Und damit wirst du die Herzen erreichen. Das hat mein Papa gesagt und alles, was mein Papa zu mir sagt, nehme ich mir natürlich unfassbar doll zu Herzen. Marie Reim. Sie will den Schlager zurück zum ESC bringen. Matthias Reim und Michelle werden sicher ihrer Tochter beide Daumen am 16. Februar drücken, damit jene Deutschland beim ESC mit ihrer Schlagersingle naiv vertreten kann. Für die Newcomer. Er ist alleine die Einladung zum Vorentscheid ein wahrgewordener Traum, wie sie in der MDR-Sendung erklärte. Ich habe gerade das Gefühl, dass alle Träume, die ich hatte, seit ich ein kleines Mädchen bin, nach und nach wahr werden. Wie toll wäre es, mit einem Schlager Deutschland beim Eurovision Song Contest, ESC, in Malmö zu vertreten. Ob es dazu am Ende kommt, bleibt abzuwarten. Fest steht, dass Marie Reim 100% geben wird. Ich gebe mein Bestes, mal gucken, wie weit ich's schaffe. Ich gebe mein Bestes, mal gucken, wie weit ich's schaffe.